Etwas weghängt, Andrea Henkel hier auf ihrer letzten Runde, 36 Sekunden war sie hinter Palka, nach dem Schießen, nach dem Stehenschießen. Sie ist vielleicht eine Referenz, nicht Kaiser-Mekarainen unbedingt oder Daria Domraceva, zur Zeit noch nicht unterverliebt. Ja, verliert weiter, das steile Stück hier hinauf, 700 Meter noch bis zum Ziel. Dieser Anstieg tritt schon eh hier hoch. Und dann rüberziehen und in die Abfahrt hinein. Sieben Sekunden auf Rang 9. Marie-Doran Haber, die hier einbiegt, auf die Zielgerade, 10 Treffer gelandet hat und dennoch nicht an die Zeit von Daria Domraceva rankommt. Lange nicht und die Weißrussin hatte ja einen Fehler. Und selbst gegen die Zeit von Miriam Gößner hat sie keine Chance, die mit vier Strafrunden hier ins Ziel gekommen war. 48,7 Sekunden der Rückstand vor Marie-Doran Haber, trotz der 10 Treffer am Schießstand. Ein Fehler bringt Olga Seizewa mit vom liegenden Anschlag. Ui, jetzt gleich zwei. Und der dritte noch hinterher, sie ja eine von nur zwei Siegerinnen des Vorjahres. Bei zehn Sprints gab es acht Siege für Magdalena Neuner und zwei für Olga Seizewa. Keine andere Athletin hat im vergangenen Jahr einen Sprint gewonnen, Nadine Horschler. Und der dritte Rang. So, Andrea Enkel ins Ziel, ja, wollen wir schnell hinschauen. Für den Moment zwölfter Rang, 1,05. Vier hat sie nochmal verloren. Nadine Horschler macht das gut. Macht das sehr gut. Sehr starke Schießen. Magdalena Quishton Auch sie landet im vorderen Feld Gute Leistungen, die wir heute hier von den Polinnen sehen Gute Schießleistungen 20 Sekunden Der Rückstand von Nadine Heuchler Auf Kaiser Mecker Rückstand von Zollendal In etwa gleich Wie beim Schießen Ein wenig hat sie sogar verloren Auf Kaiser Mecker Rheine Zu diesem Zeitpunkt Dora Berger In ihrer Komplexleistung Da ist sie einfach gut Wie du es auch gesagt hast Natürlich auch Wie man es sieht Läuferisch nicht unbedingt ganz ganz vorne dabei Gegen Mecker Rheinen Und gegen Tom Ratscheva Hat sie momentan läuferisch keine Chance Aber sie schießt halt einfach perfekt Das Jagen und Fischen da oben in Norwegen In dieser Einsamkeit In ihrem Rückzugsgebiet Absolut Wenn Sie unseren kleinen Vorbericht gesehen haben Die Holzhütte ohne Strom Ohne Handyempfang Da zieht sie sich ganz gerne schon einmal zurück Dora Berger Und findet die Ruhe und die Kraft für diese Rennen Für diese Anstrengung Sie ja quasi Sinnbild dafür In ihrem ganzen Laufstil 21,4 Sekunden Wird ein bisschen größer Der Rückstand Eine Runde Die Miriam Gößner da kompensiert hatte Denn die ist Ein Bruchteil von Sekunden schneller Jetzt an dieser Zeit gewesen Die Miriam Also die ist schon unglaublich schnell unterwegs gewesen Und sie kann Und sie kann Naja Ne Ja doch vielleicht kann sie unter den ersten Zehn bleiben Im Augenblick ist Miriam Gößner siebte Ja und wir haben es gerade gesehen Ist ein bisschen wärmer geworden Minus sieben Grad Sind es noch Ja ist ganz ordentlich Sehr ordentlich unterwegs Zünder Noch drei Sekunden vor Miriam Gößner Der dann noch drei Fehler geschossen hat Das muss man ja wissen Und sich noch drei Strafrunden aufgeladen hat Die junge Dame aus Lillehammer 23 Jahre ist sie alt Auf einem guten Weg Kaiser Meckereinen hat bisher die schnellste Laufzeit 3,7 Sekunden vor Miriam Gößner Und Andrea Henkel Im Augenblick auf Rang 5 Mit 56 Sekunden zurück In der reinen Laufzeit Tora Berger hier im Anstieg Ja und die Schwedin Asaliv Auch ein junges neues Gesicht In der schwedischen Mannschaft Hängt sich da an die Skienden von Tora Berger Sucht das Tempo hier im Anstieg Mitzugehen Geht es ja Über die Kuppe oben hinwegzuziehen Das Tempo mitzunehmen In die Abfahrt Ja eigentlich an der nächsten Zeitnahme vorbei Tora Berger Nadine Horchler startet für den SC Willingen Sportsoldatin Vergangenen Jahr Zweite in der Gesamtwertung im IWU-Cup Und war im März Beim Weltcup-Finale dabei Das war ihr Weltcup-Debüt In der deutschen Mannschaft Mit einem Platz 32 im Sprint 27. in der Verfolgung damals Und jetzt kommt es drauf an Für Sinoves Solemdahl Bleibt sie ganz vorne dabei Oder muss sie in die Strafrunde Und fällt zurück Okay Eine Strafrunde Die muss sie absolvieren 25 Sekunden sind es bei den Damen In etwa Nadine Horchler Schöner Anschlag Schau auf die Zeit Jetzt kommt sie raus Hier vorne durch die Zeitnahme Ja Mein lieber Mann Schau hin Schau hin Geht hier in Führung Und jetzt Thora Berger Gelingt ihr wieder Ein fehlerfreies Schießen Die Frau ist unglaublich Der erste Fehler Naja Aber wie schnell sie auch schießt Unglaublich Auch in der vergangenen Woche Im Einzel sogar Hat sie wirklich schnell gefeuert Da ist das Risiko ja umso höher Im Verhältnis der Strafe Da bekommt man ja gleich Eine ganze Minute aufgebrummt Jetzt also Schnell durch dieses Ja hier haben sie dieses Gebilde Die Strafrunde Weder kreisrund noch oval Geht sie außenrum Den weiteren Weg An der Konkurrentin vorbei Erleben wir heute Eine andere Siegerin Zum ersten Mal in dieser Saison Das sieht so aus 9,5 Sekunden Ihr Rückstand Auf Solemdahl Auf die Teamkollegin Auch von ihr wissen wir Dass sie eine starke letzte Runde laufen kann Thora Berger Und hier Nadine Horchler Kann sie gerade so eben Den Sturz vermeiden Ist schneller Ist schneller Als die Französin Die da vor ihr gelaufen ist Claire Breton ist das Und geht deshalb Mit zunehmendem Alter Ist ja nicht mehr so einfach Noch mal ein Tempo Eine Tempoerhöhung Zu machen beim letzten Mal Und hier einige schöne Studien Miriam Gößner Naja So schnell ist sie unterwegs Schade Einer weniger Einer weniger nur Dann wäre sie schon Deutlich weiter vorne Dann könnte es Ja Zum dritten Platz Vorübergehend reichen Da sind es nur 15 Sekunden Hätte, wenn und wäre Aber Schade für Miriam Gößner Und Juliane Döll Mit drei Strafrunden Zusätzlich belastet Ja Jetzt geht es darum Drin zu bleiben Die besten 60 Qualifizieren sich Für die Verfolgung Das könnte eng werden Das wird eng Ja Für Juliane Döll Immer so die Zeit 2.30 bis 2.50 Bei den Frauen Nadine Horchler Die haben ersten Fehler Ja Ja Aber das ist okay Absolut okay Das wird auch Gerald Hönig Zufriedenstellen Und bestätigt Die Nominierung Hier für Hochfilzen Nach den Leistungen Von Östersund Zu dem Bistolendal Nochmal einen Hauch Mit Von Geschwindigkeit Gegen die Zeit Von Daria Domraceva 1,1 Sekunden Ja Die Weißrussin Hat schon eine sehr Sehr schnelle Schlussrunde Dahin gezaubert Ja Da hat sie 6 Sekunden Verloren Auf Domraceva Und jetzt gilt sie Nach vorne Weiter zu treiben Vorne zu halten Mit allem was geht 36 Sekunden Der Rückstand Von Nadine Horchler 13. Rang Das ist ja Das ist super Super für die Nadine Also ganz hervorragend Ja Das war das Was sie sich ja Für Östersund Schon vorgenommen hatte Wollte unter die besten 20 kommen Da ist es ihr nicht ganz gelungen Aber hier Könnte es klappen Ja Laufform scheint Nach oben zu zeigen Bei Nadine Ja Der Rückstand Von Dora Berger Nach dem Schießen War 9,5 Sekunden Auf die Spitze Auf Sinobel Solimdahl Zu diesem Zeitpunkt Spitze jetzt Bei der nächsten Zwischenzeit Domraceva Man sieht sie Und eingeblendet Da geht eh nichts mehr Die Zeit ist schon weg Ja Jetzt auch die Von Meckereinen Momentan Nicht auf dem Podest Dora Berger Vierter Rang 13,5 Sekunden Ihr Rückstand Und jetzt noch einmal Jetzt wo es weh tut In dieser letzten Runde Noch einmal Dieser Anstieg Die Katerina Schumilova Viele neue Namen Auch im rossischen Team Die Auswahl Die Wolfgang Kichler Da zur Verfügung Hat Das ist riesengroß Hat auch hier Acht Athletinnen Dabei Und dachte Ich muss jeden Tag Überlegen Wen ich draußen lasse Das ist ein Luxusproblem Auch Schumilova Von der hat er gestern Noch gesprochen Die drängt Auch ganz schön Mit guten Laufzeiten Und guten Schießergebnissen Hier sind es eher Die guten Schießergebnisse Laufzeiten Die dritte Die dritte Die dritte Die dritte